Wie man Menschen zerstört? Es geht wahrscheinlich um Cancel Culture. Ich freue mich da sehr drauf. Ich freue mich da wirklich sehr. Cancel Culture ist wirklich eins meiner Lieblingsthemen, muss ich sagen. ...leben wir, dass öffentliche Debatten zum Tod von Menschen führen können. Was passiert mit einer Gesellschaft, in der die Häme über die Zerstörung von Karrieren und Leben überwiegt und im politischen Kampf nicht mehr Positionen, sondern Menschen direkt angegriffen werden? Nicht auf sachlicher Basis, sondern im Zuge von Schmutzkampagnen. Sind die Wächter der Gated Community auch deutsch? Tatsächlich heißt das bei uns nicht Gated Community, sondern Community Watch heißt das, glaube ich. Und das sind alles Jarkämpfer, ehemalige. Und auch ehemalige, ja. Die bis auf die privatesten Ebenen abziehen. Vor wenigen Stunden wurde der unterkühlte Körper der SZ-Vize-Chefredakteurin am Inn gefunden. Und beinahe wäre sie ein Opfer dieser gnadenlosen Gesellschaft geworden, in der wir jetzt scheinbar leben. Und darüber müssen wir sprechen, denn es macht mir große Sorgen. Was ist das Erste, was dir in den Sinn kommt, wenn du davon hörst, dass eine Frau verschwunden ist und man einen... ...Syrer, der gar ein Kilo... ...Schiedsbrief gefunden hat? Kilo. Ist es vielleicht... Tja, geschieht ihr recht. Schließlich wollte die Frau ja Menschen dazu zwingen, sich gegen Covid impfen zu lassen. Den meisten Menschen steigt jetzt bestimmt die Kotze die Kehle hoch. Aber wenn man auf Twitter guckt, dann sieht man genau das. Dutzende Male. Alter, ganz ehrlich, ne? Ich bin ja auf dem im Sturzflug befindlichen Stuka-Bomber von Twitter weggeballert worden. Das ist ja mittlerweile nichts anderes mehr als eine Pornoplattform. Ich habe das gestern bei Tama gehört und ich habe das nicht geglaubt. Ich habe das nicht geglaubt. Ich habe nicht geglaubt, dass Twitter einfach nur noch eine Pornoplattform ist. Aber der hat das so überzeugt gesagt, dass ich mir das angeguckt habe. Und mein lieber Scholli, ist ja wirklich nur noch eine Pornoplattform. Es ist ja wirklich nur noch Porno. Da gibt es ja keinen Unterschied mehr zwischen, keine Ahnung, einer Pornoseite und fucking Twitter. Wer kann denn da überhaupt noch unterwegs sein? Porno und Rechtsextremismus, ja. Wir dürfen Twitter nicht aufgeben. Wir müssen dagegen sprechen. Nein, 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 nein. Nein, 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 nein. Es gibt gewisse Dinge, also es gibt Stadien, die man erreichen kann, wo man sich eingestehen muss. It's fucking over. Da musst du einfach nur einen Deckel drauf machen. So. Uh. Noch ganz andere Kommentare. Entmenschlichung und Hass. Zumindest zu dem Diskurs im Internet kann man sagen, Angriffe auf Einzelpersonen sind entgrenzt und Moral steht ganz hinten an. Aber es gibt nicht nur diese Stimmen. Es gab auch die Stimmen, die sagten, An Julian Reichels Händen klebt jetzt Blut. Und auch das war problematisch. Aber lasst uns von vorne anfangen, was ist überhaupt passiert. Leute, es gibt viele Möglichkeiten, einen Gegner zu zerstören. Bei öffentlichen Personen ist es sehr effektiv, die Glaubwürdigkeit zu zerstören. In Deutschland sehr beliebt ist, Plagiatsverwürfe gegen Personen des öffentlichen Lebens, insbesondere Politiker, einzusetzen. Während solche Anschuldigungen noch vor ein paar Jahren... Wie Jörg Sprawe, der ja bei der Bundestagswahl 21 ein riesiges Video veröffentlicht hat, wo er gesagt hat, Ah ja, Annalena Baerbock, ich glaube dir nicht, dass du das selber geschrieben hast. Veröffentlichen Sie das doch mal. Dass das überprüft werden kann, ob das nicht plagiatriert ist. Und dann hat er sich gewundert, dass so viele AfDler drunter schreiben und sagen, genau. Ja. Die haben vielversprechende Spitzenpolitiker zu Fall bringen konnten. Man schaue nur auf KT zu Guttenberg, hat es mittlerweile Franziska Giffey, ehemals Doktor... Ich finde übrigens Plagiate vollkommen cool, ne? Also ganz ehrlich, kein Problem mit Plagiaten. Jemand, der, 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 der abschreibt, ist doch, ist doch mega, ist doch mega effizient. Warum soll ich denn irgendwas nochmal schreiben, was ein anderer schon viel besser gemacht hat? Doch Quatsch. Giffey, nicht davon abgehalten, trotzdem Oberbürgermeisterin von Berlin zu werden. Und es gibt ein inner... Außerdem denke ich mir als überzeugter Sozialist, alles, was ein anderer Politiker geschrieben hat, ist genauso meins wie seins. Der offizielle Berufsstand der selbsternannten Plagiatsjäger. Ich könnte jetzt zig Fälle runterbeten, wer alles da erwischt wurde und wann und wer nicht und welche Folgen das für die einzelnen Personen hatte. Aber das wäre schon wieder ein eigenes Video. Also habe ich hier mal eine kleine Tabelle gebaut, um so die bekanntesten Fälle mal zusammenzufassen für euch. Die blende ich euch jetzt hier mal ein. Ja, es sind schon ganz schön bekannte Leute dabei. Menschen mit Einfluss können sich also nicht sicher sein, dass sie nicht auch zum Ziel dieser Überprüfung werden. Die meisten Überprüfungen, die fanden 2011 statt. Und Hauptgrund war damals, dass Guttenberg seinen Fall so medial breitgetreten hatte und so katastrophal damit umgegangen ist. Meine von mir verfasste Dissertation ist kein Plagiat. Ich werfe diesen... Viel witziger wäre es gewesen, wenn er damals gesagt hätte... Ja, ich habe wie jeder andere Wissenschaftler recherchiert und bin fündig geworden. Das wäre viel witziger gewesen. Kann man nochmal? Ist das live gewesen jetzt gerade? Nein. Nein, okay, Entschuldigung. Das in der Folge des Gutenplag-Wiki entstand, das seine Arbeit sehr erfolgreich auf Plagiat untersuchte. Nach dem Fall Guttenberg hörte diese Gruppe aber nicht auf zu existieren. Aus ihr ging dann nämlich das Vroniplag-Wiki hervor. Vroni von Veronika Sass, der Tochter von Edmund Stoiber, deren Arbeit als erste überhaupt so richtig untersucht wurde. Und die überprüfen wissenschaftliche Arbeiten oder Dissertationen en Detail auf Plagiat. Ich weiß, die Vorwürfe sind schwer gegen mich und meine Dissertation. Und deswegen, weil ich weiß, welche Aufmerksamkeit dieses Thema der Zeit genießt, möchte ich mich dazu äußern. Und zwar in bester mir vorhandenen und möglichen Art, indem ich euch sage, na und? Ja, nach Aussage des Vroniplag-Wiki handelt es sich bei der Suche um ein wissenschaftliches Projekt ohne politische oder kommerzielle Interessen. Das hat allerdings wieder nichts mit Vroniplag.de vom Kaufmann Martin Heidingsfelder zu tun. Dieser wurde im November 2011 dauerhaft von Vroniplag-Wiki ausgeschlossen. Und Grund war unter anderem, dessen Selbstinszenierung Vroniplag allein gegründet zu haben. Und das ist für uns wichtig, denn Heidingsfelder tat in der Folge etwas, was ihm andere nachmachen sollten. Er gründete seine eigene Seite, Vroniplag.de und da tat er etwas, das von den Werten der Seite bis dato unvereinbar schien. Er kommerzialisierte seine Dienste. Ein anderer aus dem Umfeld von Vroniplag-Wiki war jedoch noch viel erfolgreicher. Stefan Weber, auch genannt Plagiatsjäger, also selbst so genannt auf Twitter. Stefan Weber. Moment, der Name sagt mir was. Ach so, ist das nicht der, der Baerbocks Buch zerstört hat 2021? 2021. Da gab es damals Vorwürfe, dass es eine Rufmordkampagne gewesen sei. Boah, aber wieso? Weil er schon zusammen mit anderen, Zitat, Bloggern wie dem... Annalena Baerbock. Jetzt. Wie wir unser Land erneuern. Ich hatte übrigens, ich habe übrigens ein ähnliches, äh, einen ähnlichen Gedanken. Ich möchte das Buch, ich möchte auch ein Buch schreiben. Und zwar heißt es Dekadent jetzt, wie wir unser Land erneuern, in Klammern, ohne Stalin. Weil das ist, viele sagen ja, Komma, deine Gedanken sind, aber ich möchte mich ganz klar von den Methoden Stalins entfernen, ne? Ich möchte, glaube, so spät, so weit ist es noch nicht. Boah, aber wieso? Weil er schon zusammen mit anderen, Zitat, Bloggern wie dem neurechten Informatikern... Wie wir unser Land verfeuern. Ja. ...autor Hatmut Danisch auf Ungereimtheiten in Baerbocks Lebenslauf hinwies. Er hat sich aber auch das Buch von Armin Laschet angesehen und auch bei Olaf Scholz hat er nach eigenen Angaben Fehler gefunden. Man könnte also sagen, er ist seit Jahren ein Star der Szene mit einem besonderen Fokus auf etablierte Parteien. Und er hat heute eine eigene Seite und ein eigenes Team und will nach eigenen Angaben sogar über 1000 Arbeiten im Fremdauftrag einen Plagiatscheck unterworfen haben. Und in 13 Fällen haben diese zur Aberkennung des akademischen... Das ist übrigens auch die einzige Forderung, die ich mit Konservativen teile. Wir brauchen wirklich mehr Parkplätze in Deutschland. Ich würde... ...artes geführt. Es ist also eine Passion, aber auch eine Profession. Es ist wirklich ein Geschäftsmodell. Allerdings ein Berufsfeld, das meistens mit Anonymität einhergeht. Weber agiert aber lieber unabhängig von diesem Kollektiv, von dem er stammt. Mit dem selbstgefassten Prinzipien dieses Kollektivs ist das natürlich nicht vereinbar im Hinblick auf kommerzielle Absicht und Einmischung in politische Angelegenheiten. Und so ganz abgeneigt scheint er dem rechten Rand gegenüber nicht zu sein. Wie ich darauf komme? Sagen wir so. Ich habe hunderte Tweets von ihm gelesen und einige sind doch ziemlich eindeutig. Und zwar in Bezug darauf, was seine politische Einstellung angeht. Der hier etwa. Oder der hier. Der ebenfalls. Mitunter verweist man auch auf andere in der Szene. Ja, super, da muss man sich da selber nicht die Finger schmutzig machen und es selber ausdrücken. Natürlich habe er sich auch im Zuge der Plagiatsaffäre um Alice Weidel geäußert. Da gab es sogar Verschwörungserzählungen. Wer hätte das gedacht? Zumindest da ist eine klare politische Haltung herauszulesen. Oder was meint ihr? Ist das jetzt relevant? Wieso reden wir jetzt über diesen Typen? Wartet mal ab. Er spielt jetzt gleich eine große Rolle. Okay. Es scheint jedenfalls keine Fantasie aus House of Cards zu sein, dass man belastendes Material über den politischen Feind sammelt, um es genau zum richtigen Moment zu veröffentlichen. Und da kann ein Plagiatsgutachten natürlich auch sehr gut helfen. Aiwanger hat den Skandal mit dem antisemitischen Flugblatt gekonnt zu einer politischen Kampagne gegen so eine Partei uminterpretiert. Genialer Schachzug, um die Leute hinter sich zu vereinen und diesen Move einfach selber sagen, ne? im Endeffekt zu dem richtigen Zeitpunkt diese Veröffentlichung durchzuführen in einen Sieg umzumünzen. Und mittlerweile scheint sich das Blatt gewendet zu haben, was solche Kampagnen angeht. Veröffentlichungen wie die über die Flugblätter von Aiwanger scheinen manchmal den Personen sogar zu helfen. Aber das ist abhängig vom Zielpublikum. Ist dein Zielpublikum sowieso kritisch gegenüber dem Establishment und du kannst ihm glaubhaft klar machen, dass du nicht dazugehörst, obwohl du Wirtschaftsminister von Bayern bist, dann kann es sein, dass es einfach an dir abprallt. Weber selbst hat das erkannt und spekuliert, ob Weidel diesen Zug als Marketing-Trick für sich selbst angewendet hat. Leute, diese Leute machen mich fertig. Anders als im Verschwörungsspektrum oder für Reichelt-Fans gilt für Menschen, die Informationen und Fakten für ihr Weltbild brauchen. Glaubwürdigkeit und Integrität sind alles. Und es beschädigt nicht nur die Zeitung, sondern am Ende die ganze Glaubwürdigkeit der Medien in Deutschland. In Gänze das von der Gegenseite als Establishment bezeichnete Mediengeschäft. Umso einträglicher, eine derartige Kampagne zu entwickeln für diese andere Seite. Und genau das scheint hier passiert zu sein. Wirklich? Was ist denn mit den ganzen Mordenschlägen an Alice Weidel? Was ist denn mit den ganzen Anschlägen? Dieser Fall ist wirklich was Besonderes. Es geht nicht um eine Politikerin, sondern um die Vize-Chefredakteurin. Bin ich froh, dass dein Geld hier ist. ... der Süddeutschen Zeitung, Dr. Alexandra Fördel-Schmid, die mit Plagiatsvorwürfen konfrontiert wurde und dadurch unter sehr hohem Druck stand. Schon am 18. Dezember 2023 wurde Fördel-Schmid erstmals indirekt Plagiatsvorwürfe durch einen Artikel von Medieninsider gemacht. Sie habe Textpassagen von Artikeln... Hallöchen, schönen Abend euch, ihr Lieben. Das ist absolut fucking frech, Alter. Ich weiß, es ist ja schön und gut, wenn du hier versuchst, den Chat zu begrüßen, aber wenn keine gesonderte, explizite Begrüßung der Roten Sonne kommt, dann weiß ich auch nicht, was wir hier überhaupt machen. Das ist ja völliger Quatsch. ... wie Springers Welt oder der Bundeszentrale für politische Bildung übernommen, ohne dies korrekt zu kennzeichnen. Dies sei mit einer Plagiatssoftware überprüft worden und sie habe bei drei Artikeln elfmal angeschlagen. Am Anfang der Woche wurde bekannt, dass Stefan Weber in Fördel-Schmidts Dissertation einige Plagiate gefunden haben will. Fördel-Schmid zog sich dann vorübergehend aus dem operativen Tagesgeschäft zurück. Und nun kam heraus, beauftragt wurde Weber von News, das mit Reichelt in Verbindung stehende Online-Medium, das als rechtspopulistisch eingestuft und vom Milliardär Frank Gotthard finanziert wird, der als Förderer Reichels gilt. Kurz off-topic. Ich finde das so geil, wie diese ganzen Leute sich gegen eine vermeintliche Elite aufputschen lassen. Also ich frage, vielleicht habe ich einfach nur einen anderen Bezug zu Plagiaten, weil mir das einfach tatsächlich gänzlich komplett scheißegal ist. Aber warum sollte ich denn die Arbeitsleistung einer Person bewerten, ob die anhand daran, ob sie vor 20, 30 Jahren abgeschrieben hat oder nicht? Nenn mir mal einen, der in der Uni nicht abgeschrieben hat. Einen. Nenn mir einen. Nenn mir einen. Ziii. Kann mir jemand das mit dem Parkplatz erklären? Ich bin neu hier. Bushido hatte ja mal ein Album, das hieß Vom Bordstein zur Skyline. Und mein Plan für Deutschland, wenn wir so weitermachen, ist, aus der Skyline einen Parkplatz. Ja, wenn du verstehst. Ich habe nie abgeschrieben. Ich habe andere für mich abschreiben lassen. You're the real MVP. ... von Medien und Parteien, die von Milliardären geschaffen wurden, um ihre Interessen durchzusetzen. Ihr seid solche Schafe. Ohne Witz. Wie kann man euch... Ich möchte übrigens, bevor jetzt wieder Ablesmus-Vorwürfe laut werden, möchte ich sagen, dass bevor Deutschland zum Parkplatz gemacht wird, alle schwerbehinderten Menschen, die ans Bett gekettet sind, natürlich von Parteigenossen aus dem Land geschafft werden. Okay? Ich möchte euch noch helfen. Apropos ohne Witz. Donnerstag folgte dann plötzlich die Schocknachricht. Föder Schmid gilt als vermisst. Die Polizei berichtete, man habe ihren Pkw nahe des Flusses in sowie einen Abschiedsbrief gefunden. Wollte Föder Schmid ihrem Leben ein Ende setzen? Und mit dieser Nachricht, Leute, veränderte sich die Perspektive auf diesen Fall für mich. Denn das Ausmaß dessen, was um diese Meldung herum passiert ist, das war mir nicht bewusst. Und auch diese Bedeutung um dieses Plagiatsjägertum. Aha, 2040, Karl möchte Menschen deportieren. Freunde, ich bin tanky, was erwartet ihr eigentlich von mir? Jetzt ist, weißt du, wenn man mich tanky nennt, dann muss man doch auch damit rechnen, dass Deportation jetzt nicht so das größte Problem ist, oder? Also jetzt mal bei aller Liebe. Deswegen habe ich mich da ein bisschen reinbewegt. In der Folge kam es zu... Ich bin da doppelmoralistisch. Ich finde Deportation von Ausländern ziemlich kacke. Aber wenn es die Richtigen trifft... Ne? ...Versuchaktion und einem Schlagabtausch auf Twitter. Und der Ton, der dabei an den Tag gelegt wurde, der war in weiten Teilen, ich sag mal unter aller Sau. Sowas wie... Linker Abschaum, okay, das machen wir mal. ...der dabei an den Tag gelegt wurde, der war in... Das liest ich wie meine YouTube-Kommentare. Linker Abschaum will Reichelt den Selbstmord-Suizid der Hetzerin Schmidt wegen der SZ anhängen. Kranke Welt, dieser Verlogenheit der Presse und Sozialisten widert mich an. ...weiten Teilen, ich sag mal unter aller Sau. Sowas wie... Schön die Hashtags auch. Naja, ich glaube nicht, dass der Hashtag Suizut irgendeinen Erfolg haben wird, aber... Rache für Alice Weidel, das war noch... Frau Förder-Schmidt hat eine Kampagne gegen Alice Weidel gestartet, wohl wissend, dass sie selbst mehrfach unsauber gearbeitet hat. Wer anderen eine Grube gräbt, fällt selbst hinein. Oder wie Frau Alice Weidel sagte, Karma is a bitch. Oder wie der große Parteiführer sagte, Alice Weidel is a bitch. Auch zahm. Manche nahmen die Meute in Geiselhaft. Das hier hat mich stark an Whataboutism erinnert. Natürlich darf auch die Täter Opfer umkehr nicht fehlen. Logisch, genau. Die Unterstellung, sie sei ein Opfer ihrer selbst geworden. Andere sagen unverhohlen. Geschieht ihr Recht, hat sie verdient. Und auch eine Schade. Wird wohl nix mit eurer Märtyrerin. Was? Auch das war dabei. Linke müssen jetzt ganz stark sein. Die vermisste SZ-Vize-Chefredakteurin ist lebend gefunden worden. Und dabei hatten sie sich schon so darüber gefreut, einen vermeintlichen Suizid in ihren Gunsten politisch auszuschlachten. Alleine, dass das alles Tweets sind, dass dieser gesamte Diskurs auf Twitter stattfindet, sollte doch irgendwie Beweis genug sein, dass das mit Twitter endgültig vorbei ist, oder? Also das ist doch, können wir doch jetzt endgültig als überwunden bezeichnen, Twitter. War ne schöne Zeit, aber it's fucking over mit Twitter, ey, it's fucking over. Verpisst euch da, wirklich. Der ältere Tweet, der ausdrückt, sie würde jetzt zur Märtyrerin gemacht, wurde auf dem Kanal inzwischen allerdings gemacht. Für Elon Musk wahrscheinlich, ja, das stimmt. Respekt, das muss man unter einem von Elon Musk geführten Twitter erstmal hinkriegen, so einen Post verschwinden zu lassen. Zugleich gab es aber auch Stimmen, die ihr Bedauern und Entsetzen zum Ausdruck gebracht haben und davon auch nicht zu wenig. Ein User hat vermutlich aufgedeckt, was Föder Schmid wohl mit der Aussage, zumindest ist diese Jagd vorbei, in ihrer Mail an Weber gemeint haben könnte. Jonas ist ein freier Sohn. Ich weiß nicht, ob jetzt aufgefallen ist, aber ich werde mich gänzlich von dem Wort Hurensohn distanzieren. Ich werde Hurensohn nicht mehr nutzen. Ich habe das jetzt über viele Monate gemacht, um mich wieder ein bisschen zu befreien, aber ich werde fortan Hurensohn nicht mehr sagen, weil es da ja tatsächlich berechtigte Parallelen gibt zu dem stigmatisierten Begriff Hure. Und ab jetzt werde ich freier Sohn sagen. Also das finde ich auch sowieso sehr viel Werte verbindlicher. Ab jetzt gibt es freier Söhne. Das ist sowieso sehr viel nicer. Einigen Tweets wurden Reichelt und Nios dann... Bastard noch okay, du scheiß Rassist. Aber etwas voreilig als Schuldige hinter dem möglichen Suizid von Frau Föder Schmid angesehen. Der Vorwurf, eine vermisste Person nicht gleich für tot erklären zu müssen, ist... Jo, seit dem Discord-Call letztens bin ich an Hurensohn auch übersättigt. Was? Okay, ich brauche mehr Infos. ...ist gerechtfertigt, Leute. Denn glücklicherweise wurde Föder Schmid lebendig gefunden. Warum nicht Kundensohn? Na, weil es sich so ein bisschen darüber lustig macht, dass so ein paar Liberale versuchen, den freier Begriff durch Kunde zu ersetzen. Und ich damit eigentlich kein großes Problem habe. Also ich finde es ja in Ordnung, wenn Menschen versuchen zu entstigmatisieren und wenn sie das auch durch Euphemismen machen. So, das muss man eben... Es gibt halt liberal denkende Menschen, die der Meinung sind, dass das was bringt. Und warum sollte ich dagegen kämpfen? Es gibt tatsächlich wichtigere Probleme. Ich meine den On-Stream-Talk mit Jimmy. Ach so, das war ja so. Ja, ja. Okay, ja, das hat auch tatsächlich eine Übersättigung an Hurensöhnen gehabt. Das stimmt, ja. Sie sei unter Kühl in ein Krankenhaus gebracht worden, aber sie lebt. An dieser Stelle, und ich bin mir sicher, den Punkt werden mir alle zustimmen, großes Dankeschön an Polizei und Feuerwehr. Weil ohne deren tatkräftigen Einsatz das vermutlich nicht so glimpflich ausgegangen wäre. Und damit zurück zu Twitter, wo man ihr Auffinden auf solch geschmacklose Weise kommentiert. Leute, was sind das für Menschen? Wie wenig Anstand ist in manchen Leuten zurückgeblieben. Dieser Herr hier hat es meines Erachtens nach auf den Punkt gebracht und ich stehe hinter dieser Aussage zu 100%. Ja, Kona Kuhn88, Pfeil, Geburtsjahr. Was mir auffällt, ist, dass im... Ach so, jetzt muss ich den auch lesen, ne. Es geht mir nicht darum, Reiche zu beschuldigen. Dieser Mensch ist schon so verachtenswert genug. Aber wie andere, meist AfD-Sympathisanten, ihr tut mir leid, auf einen eventuellen Suizid, egal von wem reagieren, ist die Norm unmenschlich und empathielos. So wollt ihr sein. Ja gut, ist echt ein stabiler Kommentar, aber der ist halt auch auf Twitter komplett unangemessen, ne. Also den liest halt kein Schwanz. 200 Aufrufe hat der. Achtens nach auf den Punkt gebracht und ich stehe hinter dieser Aussage zu 100%. Was mir auffällt, ist, dass im Sprech der hämischen Kommentare der potenzielle Tod von Föderl Schmid scheinbar einfach billigend zur Kenntnis genommen wurde. Empathie, Bedauern, Mitleid, die Hoffnung, dass hier noch Leben gefunden werden kann. Freier Sohn finde ich gut. Tut gut, Beleidigungen zu hören, die nicht nur auf Frauen gehen. Weißt du, du bist... Ich bin einen einzigen weiteren Kommentar dieser Natur davon entfernt, Hurensohn sofort wieder einzuführen. Wirklich. So was sucht man vergebens. Im Kulturkampf geht es um die Vernichtung des Gegners. Wir beschäftigen uns hier nicht mit einem akademischen Thema, wo wir über Diskurse sprechen. Das hat alles Auswirkungen auf unser Leben. Es stellt sich doch immer die Frage nach der Verhältnismäßigkeit. So ein bisschen Misstrauen ist schon sehr wichtig, finde ich. Aber diese Blüten, die es da jetzt treibt, das hat wirklich schwere Konsequenzen für unsere Gesellschaft. Und dazu muss man sagen, die Leute, die sich immer auf die Fahne schreiben, sie seien so sehr darum bemüht, niemanden zu schnell zu vertrauen, vertrauen dann blind den Leuten, die Behauptungen ganz ohne Beweise von sich geben. Nicht mal, dass die dann zumindest mal einen schlauen Satz irgendwo abgeschrieben hätten. Naja, und wenn man im Internet unterwegs ist, dann ist das auch oft so, dass man zu schnell vertraut. Da ist es manchmal besser, dass man sich einfach unsichtbar macht. Wie so ein kleines Gespenst. Als das kann man dann auf magische Weise seinen Standort wechseln. Und zwar mit CyberGhost VPN. Wow. Der wird immer besser mit seinen QVC-Überleitungen, ne? Schon beeindruckend. Einfach. Du suchst dir einfach einen Standort in 90 Ländern aus. Und egal, wohin du springst, sie behalten keine Logs. Denn, wie gesagt... Ich habe übrigens gerade einen VPN als Browser-Plugin genutzt, der komplett kostenlos ist. Da muss man keinen Cent für bezahlen. Ein bisschen Misstrauen ist ja angebracht. Mit CyberGhost funktioniert das beispielsweise für 40 Streaming-Dienste. Egal, was das Geoblogging dir von zu Hause verbietet, du kannst genau dorthin springen, wo es sich nicht aufhalten kann. Schon über 38 Millionen Nutzer weltweit nutzen... Skipleas. Ne, ne, ne. Der mit dem Einhorn-Logo... Der mit dem Einhorn-Logo, ja. Ähm, die, äh, die Sache... Also der Grund, warum ich das nicht skippe, ist, weil ich den Scheiß... Also ich lasse diesen Content hier vollmonetarisiert durchlaufen. Und wenn irgendjemand dumm genug ist, auf diese QVC-Werbung einzugehen, dann kann ich denen auch nicht weiterhelfen, ne? Also das ist dann der Bereich, wo ich an Eigenverantwortung glaube und sage, ey, ohne Scheiß, ne? Pech gehabt. Also wirklich Pech gehabt. CyberGhost und viele haben ein 5-Sterne-Rating bei Trustpilot vergeben. CyberGhost VPN wird von großen Websites wie computerbild.de, chip.de, pcwelt.de und netzwelt empfohlen. Wir reden ja über Vertrauen. Ihr müsst nicht unbedingt dem Typen mit dem verrückten Sakko im Internet vertrauen, vertraut denen. Und solltet ihr dann tatsächlich mal Menschen vertrauen und dann tatsächlich so weit gehen, die auch zu euch nach Hause einzuladen, dann seid ihr versorgt. Mit CyberGhost VPN könnt ihr nämlich bis zu sieben verschiedene Geräte gleichzeitig benutzen. Und natürlich könnt ihr CyberGhost VPN auf allen gängigen Plattformen nutzen. Und wenn ihr das jetzt ausprobieren möchtet, da habe ich gleich mal 83% Rabatt für euch. Chip.de. Oder wie ich es nenne, die einfachste Methode, um eine Malware auf deinen Rechner zu kriegen, ne? Wer bei Chip.de Software runterlädt, der hat auch ein CyberGhost Abonnement. Einfach auf den ersten Link. Ich bin mit CyberGhost auf Chip.de unterwegs. In der Videobeschreibung klicken. Ich fand das witzigste, die witzigste Werbung von Parabel Ritter war die, wo er Mondpreise kritisiert hat. Wo er so Marketingmethoden kritisiert hat. Und dann sofort eine Werbung gemacht hat, die dann auch um 83% rabattiert gewesen ist. Das war fucking Realsatire. Also das habe ich auch wirklich, seitdem denke ich mir, ich lasse sämtliche Werbungen ab jetzt immer durchlaufen. Weil wer das jetzt noch glaubt, wer jetzt noch sagt, okay, dem vertraue ich, da schließe ich was ab, dem kann ich nicht mehr helfen. Dem kann ich nicht mehr. Das funktioniert dann auch nicht mehr. Und dann kostet es nur 2,03 Euro im Monat. Also das wirklich, ja, ja, ja. In diesem Tendu-Video, da ging es um so eine Plattform, die insane rabattiert. Und dann hat er erklärt, warum künstliche Rabatte eben eine gängige Marketingmethode sind. Äh, Temu, genau. Und warum man da nicht drauf hören sollte. Und warum man sich davon nicht verarschen lassen sollte. Und dann direkt 83% Rabatt für so ein VPN. Das war fucking brillant, ey. Brillant. Monat und ist sogar 4 Monate frei. Außerdem habt ihr dann auch noch eine 45 Tage Geld-zurück-Garantie. So nett wird man sonst nicht im Internet behandelt. Ha, wisst ihr, was mir gerade aufgefallen ist? Wäre das nicht total lustig, wenn hinter all dem viel mehr stecken würde, als man denkt? Wollt ihr mal so eine richtige Verschwörungstheorie hören? Wir machen das mal so, wie die andere Seite im Kulturkampf, ne? Okay, was, wenn sich der Medieninsider irgendwie Zugang zu Informationen aus der SZ verschafft? Vielleicht sogar einen Maulwurf einschleust? Und Stefan Weber seine Dienste als williges Werkzeug angeboten hat, um an Föderschmied ein Exempel zu statuieren? Und das alles hängt zusammen mit dem Plagiatsvorwurf gegen Alice Weidel. Warte, 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 warte. Es gibt Anhaltspunkte. Am 15.12. war die SZ die erste Quelle, die von dem Plagiatsvorwurf gegen die Doktorarbeit von Alice Weidel berichtete. Mit einem entsprechend großen Artikel. Ein weiterer Artikel erschien auch am selben Tag, wenig später um 16.16 Uhr. Übrigens, um in die gleiche Kerbe zu hauen, ne? Wer nach diesen Plagiatsvorwürfen von Alice Weidel gesagt hat, Moment mal, das hätte ich jetzt nicht gedacht, dem kann ich auch nicht weiterhelfen, ne? Als ob mich das jucken würde, ob die ein Doktor ist oder nicht, Alter. Wirklich. Also das ist so das, was mich von allen Dingen bei Alice Weidel als allerletztes interessiert. Also mir ist das sowas von scheißegal, ob die wie jeder andere Student irgendwann mal was abgeschrieben hätte. Oder ob sie das nicht gemacht hat. Ich hab eher, ich hab, mein Respekt, mein Respekt fällt eher, wenn du das wirklich alles selber geschrieben hast. Dann, dann, dann hab ich eher weniger Respekt. Die Zeit ist wichtig, denn alle anderen großen Medien, die darüber berichten, taten dies erst deutlich später. Halb acht, halb neun am Abend. Auch Weidels Stellungnahme erfolgte erst deutlich nach dem SZ-Artikel, nämlich 17.30 Uhr am selben Tag. Wusste die SZ etwas, was der Rest noch nicht wissen konnte? Trotz Aufforderung der AfD-Anwälte weigerte sich die SZ ihre Quellen zu nennen. Bayreuth habe erst aufgrund eines Hinweises eine Untersuchung der Arbeit von Weidel initialisiert. Der Auftraggeber sei der SZ nicht bekannt gewesen, ebenso wenig die beiden Gutachter. Hatte sich die SZ verraten, da sie zuerst über die Vorwürfe gegen Weidel berichtete? Nur drei Tage später, am 18.12.2023, berichtete dann der Medieninsider, dass Föder Schmid in mehreren Artikeln dezent plagiiert habe. Im Zuge der Medieninsider-Recherche habe Weber erst beim Medieninsider angeboten, ein Gutachten zu erstellen. Dann bei News, weil Medieninsider wohl kein Geld habe. Mein Respekt vor akademischem Umfeld sinkt etwas, wenn ich an Ihren Doktor denke. Hä? Du weißt aber schon, was Doktoren während des Dritten Reichs gemacht haben, ne? Entschuldigung, nehme ich zurück. Ich möchte natürlich nicht den Nationalsozialismus als Drittes Reich legitimieren. Du weißt, was die... Du weißt... Also... Oder? Also der Doktortitel von Alice Weidel ist so das Letzte, was mich so den Glauben an die Wissenschaft verlieren lässt. Ich sehe... Das muss schon am 18. oder am 19.12. passiert sein, denn bei Turi 2 wurde am 19.12. darüber berichtet. Ist der Umstand, dass... Alter Schwede, nur über die Startseite gefunden, im Abschreiben bist du die Nummer 1 auf Twitch, keine Ahnung, aber Abschreiben, typisch BWL, Dankeschön, das ist auch absolut korrekt, ja. Ich schreibe alles ab, was nicht bei 3 auf dem Baum ist, ne? Wirklich. Dass diese beiden Plagiatsvorwürfe in so kurzer Abfolge ergingen und es sich um die SZ gedreht hat, etwa Zufall? Hm... Vielleicht. Denn die Artikel wurden von Roland Preuß verfasst. Warum sollte man dann Dr. Föder Schmid als Ziel nehmen? Nun zum einen ist sie die einzige im Führungsgremium der SZ mit Doktortitel. Man kann also nur sie auf dieser Ebene angreifen. Aber noch viel interessanter, sie ist seit ihrer... Doktor in Wirtschaft, ungleich Wissenschaft, daneben komme ich zwei Wochen Arbeitslager von der Sonne auch hin. Das ist schon sehr, sehr witzig, dass du versuchst, Wissenschaft zu bewerten. Erstens mit diesem Satz und zweitens... Also... Du, es ist ja fucking unmöglich, dich als Ungefickter zu labeln, ne? Wenn du geschrieben hättest, ich ficke nie, dann wäre das ja nicht weniger eindeutig gewesen als dieser Satz. Artikel zur Zeit der Pandemie... Äh, äh, CN6. Übrigens, Entschuldigung, an der Stelle. ...me auf dem Schirm rechtsextremer Kräfte. Und dann kommen wir auch nochmal zu diesem Maulwurf. Denn die SZ ist überzeugt... Mein Traume... ...das Unfassbauen wird nicht besser, mein Freund. ...zeug, dass es einen gab. Denn es gilt als gesichert, dass zweimal vertrauliche Informationen nach draußen flossen, die dann nahezu... Ach du mal weiter Wissenschafts-Gatekeeping, du bist da die Nummer 1. ...wörtlich zitiert, nur wenige Tage später beim Medieninsider auftauchten. Die erste Redaktionskonferenz der SZ fand am 20.12.2023 statt. Der Medieninsider berichtete teils wörtlich am 21.12. Die zweite Konferenz der SZ war am 30.01., wo die Mitarbeiter darüber aufgeklärt wurden, dass man versucht hatte, das interne Leck ausfindig zu machen. Und guess what? Am 2.2. erschien ein weiterer Artikel des Medieninsiders. Schon ein Zufall, oder? Medieninsider berichtete im Artikel vom 21.12. sogar von der Verschwörungstheorie, die man in der SZ... Dieses kleines Verleumdungsstück. Die Süddeutsche spinnt in Causa Fördelschmidt eine Verschwörungstheorie. ...entwickelt habe, dass an diese Information nur ein Maulwurf gelangen konnte. Nachdem die SZ verweigerte, die Quellen im Fall Weidel zu nennen, könnte man so in Zukunft sowas vielleicht einfacher in Erfahrung bringen. Oder das zumindest die SZ glauben lassen. War das ein direkter Angriff von rechts, um die SZ in Schockstarre zu versetzen? Und ich würde mir wünschen, dass Weidel ihren eigenen Fraß zum Fressen bekommt. Raus mit den Nazis, am besten mit einer Rakete Richtung Sonne, damit sie nirgendwo mehr ihren Schmutz verbreiten. Moment mal, das ist mir ein bisschen zu linksextremistisch, was du da geschrieben hast. Also ich möchte dich daran auch, weil das deine erste Nachricht ist, möchte ich dich darauf hinweisen, dass wir hier in einem gemäßigt eher progressiv-liberalen Umfeld sind, wo wir solche Gewaltandrohungen nicht gutheißen. ...zu diskreditieren. Wir sehen ja eine Unterwanderung auch in anderen Bereichen der Gesellschaft. Wieso also nicht auch da? Primäres Ziel sind etwa Vereine und Verbände. Konkret beispielsweise die Feuerwehr. Die Kirchen werden von rechten Christen ebenso unterwandert. Man bezeichnet einige von ihnen als Angstprediger. Auch die Bauernproteste wurden in Teilen unterwandert. Selbst die Demokratie als Ganzes fällt dem zum Opfer, indem sich Reichsbürger und rechtsextreme Aktivisten im ländlichen Raum ansiedeln und dort ihre demokratiefeindlichen Grundwerte und Rechte anderer Menschen ablehnende Ideologie verbreiten und das eben nicht so richtig beobachtet werden kann, weil es so abgeschieden ist. Und sie kaufen hier im Osten ständig Schlösser und Burgen. Wie soll dann noch eine für mich übrig bleiben? Spaß beiseite. Also ich mach's ganz einfach, Alex, wenn du meine Methode wissen willst. Ich werd einfach revoltieren und dann gehören alle Schlösser ohnehin der großen Sonne. ...bekommen Posten bei der AfD und sitzen direkt im Herzen unserer Demokratie. Es liegt also nicht fern, dass ein... Was geht's? Das Ding ist, Naitan, Harkon, die Klupas, all die führenden Rollen innerhalb der Partei, die werden derzeit nur zu einer Sache trainiert. Die bekommen den ganzen Tag gesagt, dass sie die Dynamik einfangen müssen, wenn es gegen die Paläste geht. Das Ding ist ja, ich kann mir vorstellen, dass die Proleten da draußen in erster Instanz nach erfolgreicher Revolte sofort die Paläste niederbrennen wollen. Und da setzen dann meine Parteikader ein. Da wird dann die Stimmung eingefangen und gesagt, Moment mal, vielleicht sollten wir die nicht sofort abbrennen. Kann man ja noch verwerten. Und dann sagen alle, ja stimmt, habt ihr recht. Und eine Woche später ziehe ich ein. So ein Ding ist das. ...eine Unterwanderung auch im Journalismus stattfindet. Wegen dieses Verdachts hatte die SZ Maßnahmen ergriffen, um das Leck zu finden. Zitat, im Einvernehmen mit dem Betriebsrat ließ die SZ-Chefredaktion überprüfen, ob es Datenverkehr zwischen den IP-Adressen der Redaktion und des Branchendienstes gegeben habe. Diese Überprüfung erbrachte kein Ergebnis, weitergehende Maßnahmen erfolgten nicht. Behauptungen, wonach Telefongespräche, E-Mails usw. durchforstet worden seien, Friede den Hütten, Friede den Ballisten, ja. Wie ist die SZ von sich? Dies seien Falschbehauptungen, die auch bei Medien-Insiders so... Das schreibt Harkon nur, weil der weiß, dass der Burkoh und Zollern kriegt, ne? Dankeschön für seine treue Arbeit und sein tiefwürdiges Opfer während der Revolte. ...wo übrigens nicht auftauchten, sondern nur bei den Medien, die diese Behauptungen verbreiteten und sich dabei auf den Medien-Insider beriefen. Weswegen die SZ dann auch Anwaltsposten an alle, die diese... Schloss-Lotus-Blüme, wie wir es übrigens ab jetzt nennen, ne? Also, nur schon mal präventiv. ...der Stellung verbreiteten, rausschickte, nicht aber an den Medien-Insider, der ja die Quelle für die anderen Blätter war, etwa die Berliner Zeitung oder die Organisation Reporter ohne Grenzen. Scheinend, als ob der Medien-Insider besonders gut... Und ja, keine Sorge, auch Stay habe ich nicht vergessen, der kriegt einfach die Schweiz. Die will eh keiner. Gut Bescheid weiß, was da los ist. Den Scheißhaufen, ey, dem will eh eh keiner. Witzigerweise meint der Anwalt der SZ, die SZ-Schreff-Redaktion habe gar nicht behauptet, rechte Fake-Medien-Württel... Was ist mit Bonjour Maurice? Na, der FDPler kriegt, äh, der kriegt... Der... Maurice von Bonjour wird, wie alle anderen FDPler, wird sich um den... ...öffentlichen Nah- und Fernverkehr kümmern. Und den Wiederaufbau, kann man sagen. ...eine Kampagne gegen die SZ fahren. Eine Kampagne von rechten Fake-Medien gegen die SZ, da sie die Ersten waren, die von den Plagiatsvorwürfen gegen Weidel berichtet haben, vielleicht sogar die Auftraggeber waren. Schließlich war der Autor der SZ-Artikel... Drakon wird Wirtschaftsminister. Drakon kriegt erstmal direkt drei Jahre, wo er an der Tafel steht und den ganzen Tag schreiben muss, ACAB ist Systemkritik. ACAB ist Systemkritik. ACAB ist Systemkritik. Den ganzen Tag, 16 Stunden lang. ...vom 15.12.2023 Roland Preuß, auch jemand, der nach eigener Aussage die Plagiatsfälle Guttenberg und Schawan recherchiert habe. Wie genau er an diese Infos kam, um diesen gigantischen Artikel zu schreiben, ist mir schleierhaft. Hier ist... Stay auch. Stay kenne ich gut genug, um das mit dem ACAB zu wissen und einordnen zu können. Außerdem juckt ja sowieso niemand in die Schweiz. Der soll da... Der kann sich da auch zum König annennen. Ist mir scheißegal. Wirklich. Aber auch jetzt tatsächlich Schluss mit den Fakten und auch Schluss mit unserer kleinen Verschwörungsgeschichte. Schon alles ziemlich mysteriös, nicht? Das ist ja auch, dass die Leute auch einfach nicht überlegen und das nicht checken, was da passiert. Alle sagen, oh Karl, hast du schon mitbekommen. Stay ist ja diese Woche in der Philharmonika in Hamburg und wird da ein Let's Play abhalten. Ich denke mir so, ihr Idioten, der ist da einfach nur in Parteiarbeit unterwegs und guckt sich an, ob das ein guter und geeigneter Ort ist, um zur sozialistischen Revolte auszurufen. Ich ziehe. Der ist da einfach, weil ich nicht konnte. Nicht wahr? Offensichtlich ist aber der offene Kampf auf Twitter. Wenn man sieht, wie sich die Eskalationsspirale dort entwickelt hat, wie enthemmt da manche voneinander schreiben und wie vor allen Dingen rechtsextreme User dort jene, die ihr Bedauern über das Verschwinden von Föderl-Schmied ausdrücken, regelrecht entmenschlichen, dann könnte man vielleicht erkennen, dass die Arbeit von News und Reichelt so langsam echte Früchte tragen könnte. Wer exemplarisch einmal erleben will, wie eine gespaltene Gesellschaft aufeinander einschlägt, wie das Schwarz-Weiß-Denken, die wir gegen die Rhetorik, sich in unserem Alltag Bahn bricht, und zwar nicht von Medienhäusern und Parteien, sondern von Menschen wie euch und mir, der muss nur mal schauen, was auf Twitter abgeht. Und all dieser Hass bricht sich Bahn, weil diese User immer nur nach einem Aufhänger suchen, denn scheinbar ist an den Vorwürfen nicht mal etwas dran. Natürlich, wenn eine Arbeit wirklich ein Plagiat ist, dann sollte das veröffentlicht werden und es sollte Konsequenzen geben. Aber so viel... Guckt mich gar nicht. Doktortitel für alle, sage ich mal an der Stelle. Funktioniert die Arbeit von Plagiat... ...und das so langweilig, ne? ...Wir sind die Arbeitsjägern wie Weber ja gar nicht, ne? Bereits Anfangsverdacht... Ich denke mir immer, wenn er damit durchgekommen ist, ne? Dann hat das auch seinen Grund gehabt. ...wird großflächig verbreitet und diskutiert. Mit einem wissenschaftlichen Herangehen hat das nichts zu tun. Es ist in jedem Fall eher eine mediale Hexenjagd, auch wenn es um Weidel geht. Genau, auch da war die hämische Reaktion vorab absolut nicht gerechtfertigt. Schwierig moralisch besser dazustehen, wenn man dieselben Mittel nutzt, nicht wahr? Allein die Selbstzuschreibung Jäger ist an Hybris- und Selbstermächtigungsfantasie nicht zu überbieten. Der Batman des Copy and Paste. Lange vor dem Endergebnis scheint das Urteil klar. Ist das wirklich so klar? Ja? Laut der eigenen Überprüfung der Historikerin und Autorin... ...auch wenn ein Arzt sowas macht, ne? Ja, da hast du mich jetzt natürlich ganz schön am Sack erwischt, ne? Da muss ich mich dann jetzt auch in diesem Diskurs geschlagen geben, ja. Absolut. Aber Ratott sei an den Plagiatsverwürfen gegen die... Ich bin offener Fan von Gerd Postel, ganz ehrlich. ...Dissertation, nicht mal was dran. Für Details fließt gar nach. Und auch Medieninsider gab nur an, dass die Stellen laut Plagiatssoftware leicht oder mäßig umgeschrieben seien. Nur in einem Fall gab es eine exakte Übereinstimmung. Und wenn man dann noch merkt, dass Föder Schmid begründete, dass diese Stellen eine Übersetzung der Hamas-Charta seien... ...verwundert es dann noch irgendjemanden, dass manche Passagen nahezu wortgleich sind? Das ist so bei Übersetzungen. Hier steht Aussage gegen Aussage. Nur, dass die eine Aussage immense Konsequenzen hatte und der Schaden nicht wieder gut zu machen ist. Die SZ selbst haben jetzt Stefan Klusmann als Prüfer engagiert, um ihrerseits die Vorwürfe zu prüfen. Aber es geht ja darum, ob es eine Kampagne war, wie auch Weidel kundtat, als man ihre Arbeit prüfte. Handelt so ein Plagiatsjäger, ein Stefan Weber, politisch motiviert? Einen Hinweis darauf, dass es so sein könnte, haben wir bereits dadurch erhalten, dass er übrigens aus eigenem Antrieb auf News zugegangen ist. Und sie um Finanzierung seiner Prüfung gebeten hat. Weitere Hinweise erhalten wir ganz simpel auf Twitter. Gleich mehrfach hat er Weidels freis... Bevor das hier durch eine große Veröffentlichung aufgedeckt wird, will ich einfach auch offen sein zum Volk. Auch ich habe mich bereits an News gewendet und habe sie darum gebeten, ihr dummes Maul zu halten. In einer offiziellen Presseanfrage. Also, was rauskommt. ...bruch verkündet. Zudem folgt er Personen wie Christopher F. Rufo, der in seinem Buch America's Cultural Revolution von einer konservativen Konterrevolution träumt. Er folgt und verlinkt auch News.de sowie den User Argonerd. Der ist nicht nur in der rechten Szene unterwegs, sondern scheinbar auch mit dem Who's Who, der mindestens rechtsoffenen Journalisten gut vernetzt. Boris Reitschuster, Roland Tichy. Ja, Tichy und Reitschuster als rechtsoffen zu bezeichnen, ist auch gewagt. Von Tichys Einblick, Henning Rosenbusch und natürlich Julian Reichelt. Die haben jetzt eine Veröffentlichung gemacht, wo irgendeine Universität, so ein paar Studenten, versucht haben, die aktuelle Medienlandschaft politisch einzuordnen. Und die haben tatsächlich die Bild-Zeitung als links bezeichnet. Das ist kein Scheiß. Das ist kein Scheiß. Warte. Wo habe ich denn das gesehen? Da war irgendwie Tichys Einblick, war das einzige Medienblatt, das so leicht rechts gewesen sein soll. Ich finde es jetzt nicht. Polenz hat das auf Twitter getweetet. Das mag sehr gut sein, aber ich habe keine Ahnung, wer Polenz ist. Polenz, Twitter. Ruprecht Polenz. CDU-Pisser. Ah, okay. Entschuldigung, das meine ich nicht. Ich habe hier eins gemeint. Der einzig Linke bei der CDU. Wenn du links bist, bist du nicht bei der CDU. Apropos leicht rechts. Hast du gehört? Der Volkslehrer hört auf. Zu atmen oder was? Ich sehe. Ich finde es jetzt nicht, weil ich bin, also ich bin, es ist, ich finde dieses neue Twitter ist so fucking unnötig, ey. Wenn ich ohne Twitter-Account auf Twitter draufgehe, kriege ich ganz oben Tweets aus 2020 angezeigt. Das ist sowas von blöd, ey. Ist irgendein Mod gerade hier, der mal so einen Link entgegennehmen könnte von den Leuten und den hier reinposten für mich, dass ich das zeigen kann? Das wäre ganz großartig. Ey, kann mir einer, könnt ihr mal, könnt ihr mal Melly das Ding DM, was ich, was ich meine? Weil wenn ihr jetzt hier die Linksreihen tweetet, dann ist das, also ist das ja, ne? Warte. Jo, ich habe es gefunden, hier. Sehr gute Arbeit, Distri. Einer, der mitgedacht hat. Hier ist das Teil. Da hat irgendwie, da hat die ideologische Grundpositionierung, äh, ähm, hat, äh, Sozialstaatorientierung versus Marktliberalität und liberal-progressiv gegen konservativ-autoritär. Und die Bild-Zeitung ist leicht konservativ-autoritär und sozialstaatsorientiert. Die Bild-Zeitung. Die fucking Bild-Zeitung. Die ganzen Rechten gehen komplett ham, weil sie das veröffentlichen und sagen, seht ihr? Die ganze Medienlandschaft ist linksradikal. Ich weiß nicht, was die, ey, ohne Scheiß, ne? Ich weiß nicht, was die Studenten da konsumiert haben, aber es muss ein richtig geiles Studium sein, was die da abfeiern, ey. Wenn die das veröffentlichen dürfen, Junge, ey, so viel hab noch nicht mal ich gesoffen. Also eine ziemlich eindeutige Informationsblase, in der er sich bewegt. Kann natürlich sein, dass er nur ab und an mal sehen will, wie saubere journalistische Arbeit nicht funktioniert. Denn Julian Reichelt schreibt wohl angeblich auch gerne mal ab, um zwar vom, ja, schon lächerlich, ne? Hat ihm niemand gesagt, dass die dort alle linksgrün versifft sind? Keine gute Quelle für dich, oder Julian? Aber was sagt uns das alles jetzt über Weber? Es gibt zwei Möglichkeiten. Erste. Er könnte in Söldnermanier für den, der bereit ist zu zahlen, seine Dienste anbieten. Ob das jetzt moralisch ist, das kann jetzt jeder selbst einschätzen. Möglichkeit zwei wäre, Weber ist bewusst, mit wem er sich einlässt und dass er sich da freiwillig zum Werkzeug rechter Kulturkämpfer machen könnte. Ironisch ist das auch, dass jemand, der auf der Suche nach Wahrheit und Anstand gerade bei News klopft. Würde ich jetzt eine Sprache an den Tag legen wie Hoss und Hopf oder Reichelt, ja, würde ich jetzt sowas sagen. Moment, ich begebe mich jetzt mal satirisch in diese Rollen, ja, Achtung. Da sehen wir, wie eine rechtsradikale, von Milliardären finanzierte Medienelite Menschen, die für freie Meinungsäußerung und die Rechte der braven deutschen Bürger kämpfen, mit Schmutzkampagnen und von extremistischen Milliardären bezahlten Organen mit Stasi-Methoden in den Selbstmord treiben wollen. Habe ich erwähnt, dass das Milliardäre sind, die im Hintergrund stecken und das bezahlen? Ja, aber Gott sei Dank bin ich nicht so. Deswegen sage ich nur folgendes. Wenn jemand, der die herrschenden Verhältnisse öffentlich als untragbar darstellt und sich von einer Plattform bezahlen lässt, die das genauso sieht und nicht von einer neutralen Seite, mit dem Ziel, eine Person zu Fall zu bringen, die die herrschenden Verhältnisse nicht für untragbar hält, dann hat das so ein leichtes Geschmäckle, oder? Den ersten Satz habe ich verstanden, aber den zweiten Part nicht, ne? Ich fand das mit den Milliardären besser, muss ich sagen. Kommen wir mal zu meiner Meinung und meinem Fazit. Ich finde, dass das ein sehr interessantes Schlaglicht darauf, wie es aktuell um unsere Diskurskultur und um unsere Gesellschaft bestellt ist. Die Dramatik der Ereignisse, die ist schockierend. Zuerst, und das finde ich ganz wichtig, Leute, wir wissen nicht, was genau der Hintergrund von Föderschmidts Entscheidung war. Dass dies alles nun so bloß in der Öffentlichkeit liegt, das macht es fast noch schlimmer. Karl findet Milliardäre gut. Das ist halt sowas von eine verfickte Lüge, ne? In meinem Sozialismus wird es einen geben als Milliardär. Einen. Einen einzigen. Aber auch nicht so wirklich Milliardär, sondern nur einen, der halt über sämtliche Mittel verfügen kann, wenn er das will. Und dann braucht man halt Vertrauen daran, dass ich das nicht will. Solltet ihr gerade strugglen, ich blende euch hier nochmal ein, an wen ihr euch wenden könnt. Wieder einmal zeigt sich einfach erschreckend, wie unsere Neuigkeiten zu konsumieren und zu verbreiten eigentlich eine Menschenmühle sind, in der die Besprochenen am Ende entmenschlicht werden und sich die Mechanismen von Social Media perfekt nutzen. Da können ja auch die ganzen verfickten Linksliberalen nix dagegen haben, ne? Die an Eigenverantwortung und so einen Scheiß glauben. Glaubt ihr, dass ein guter Milliardär alle Probleme lösen könnte? Wenn ihr daran glaubt, glaubt ihr an die rote Sonne. So ein Ding ist das. ... zu lassen, um einen Gegner zu vernichten. Für mich persönlich, ja, ist das von einem Milliardär finanzierte News nichts weiter als ein Kampagneninstrument im Kulturkampf. Mit dem Ziel der Desinformation und der Zerstörung einer Faktenbasis... Er meint Isar. Harkon, du weißt genauso gut wie ich, dass die auf die 30 zugeht. Was soll... ... Informationsgesellschaft. Und wir werden uns damit noch ausführlich auseinandersetzen, keine Sorge. Weber ließ sich von dieser Seite bezahlen. Ich schließe daraus, dass er d'accord ist mit dieser Agenda. Selbsternannte Plagiatsjäger wie Stefan Weber nutzen ihren Ruf, um eine von rechten Online-Medien finanzierte Kampagne gegen Qualitätsjournalisten loszutreten und nehmen so indirekt politischen Einfluss. Es könnte sein, dass eine Frau sich möglicherweise ein Ende bereitet hätte, angestachelt von rechten Gesinnungsgenossen, die ihren Fall nutzen wollten, um Rache für die Plagiatsvorwürfe an Weidel zu nehmen. Und was machen wir, wenn du nicht mehr da bist, oder ist das dann nicht mehr unser Problem? Also derzeit wird ja... Also wir arbeiten ja aktiv daran, dass die Dynastie am Leben gehalten wird. Wir haben ja Juna, die ward ja schon geboren und die wird derzeit zu unbedingter Treue und sozialistischen Grundfundament erzogen, um das dann irgendwann mal zu übernehmen, wenn ich nicht mehr atme. Um ein Exempel zu statuieren. Ob an den Vorwürfen gegenüber Föderl Schmid im Endeffekt überhaupt etwas dran ist, das ist noch gar nicht klar. Genau wie bei Weidel sind Ungenauigkeiten aufgefallen. Das Ergebnis kann am Ende dann auch dasselbe sein, dass es nicht reicht, um diesen Titel abzuerkennen. Aber darum geht es nie. Es geht immer nur um das Argument, was man nutzen kann, um den Gegner zu vernichten. Twitter ist der Schützengraben im Kulturkampf. Wir erleben dort eine Entgrenzung der Sprache, die in Teilen wirklich düstere Vorahnungen aufkommen lässt. Eine Entmenschlichung von Gegnern und eine Verzerrung der Realität bis zur Unkenntlichkeit, um wieder mehr Munition gegen die Gegner zu produzieren. Und da gehört eben auch zur Kritik, dass im Gegenzug zu früh, zu schwere Anschuldigung und Verdächtigung gegenüber Reichelt und Nios losgetreten wurden und eine Frau für tot erklärt wurde. Mönsen, ach ja, und noch danke, dass du mich auf einer langen Fahrt durch Frankreich gut unterhalten hast. Hey, Moment mal, Avenia, ne? Also, du machst mir ein bisschen Angst. Also, ich habe gerade deine Mod-Kommentare gelesen und du hast ja vor gar nicht allzu langer Zeit gesagt, dass Alice Weidel nicht als Nazi beschimpft werden sollte, weil das den Nationalsozialismus relativiert. Ich habe ein bisschen Angst, wenn du durch Frankreich unterwegs bist. Könntest du bitte wieder nach Deutschland? Ich habe wirklich Leute, die Alice Weidel toll finden, will ich eigentlich nicht in Frankreich haben, muss ich ganz ehrlich sagen. Ne? Da kriege ich so ein bisschen Gänsehaut. ...klärt wurde, die noch am Leben war. Die meisten seriösen Medien hielten sich mit diesen Verdächtigungen. Alice Weidel ist kein Nazi, das relativiert die echten Nazis, ist meistens immer ein Satz von Nach Frankreich fahre ich nur auf Ketten entfernt. Das ist, äh... Zurück, aber auf Social Media... Ey, und ganz ehrlich, ne, Lotusblume, radikalisier deine Leute mal ein bisschen. Das ist ja untragbar. Die einzige Person, die die ganze Zeit dir am Pullermann rumhängt, white knighted hier Alice Weidel. Was soll denn das? Da muss man ein bisschen radikalisiert werden. Da sah das anders aus und auch das fand ich wirklich gruselig. Dieser Punkt, der muss kritisiert werden. Ich finde aber, er verblasst gegenüber dem, was von der Gegenseite ausging. Entmenschlichung, Diffamierung, Beleidigung, bis hin zu Volksverhaltungen waren dabei. Der mögliche Tod von... Föderschmied wurde billigend zur Kenntnis genommen und als, tja, geschieht ihr Recht abgetan. Und das kam von ganz gewöhnlichen Menschen da draußen. Und darin, finde ich, sieht man eben doch, dass sich Leute wie Reichelt nicht aus der Verantwortung ziehen können. Französischer Urlaub mit zwölf Buchstaben, kapitulieren. Haha, was witzig ist, weil Frankreich uns legit in jedem Konflikt militärisch platt gemacht hat. Frankreich hat... Also dieser Witz, dass Frankreich kapitulieren würde, der ist... Also das ist so falsch historisch. Das ist so falsch. ...können. Denn ich finde, Leute wie er haben diesen Jargon in dieses Land getragen. Salonfähig gemacht, ja. Worte wie linksgrünversifft, linker Abschaum, fabulieren von Extremisten gegen die AfD und weit schlimmere Begriffe, die ich hier auf YouTube am besten nicht sage. Falls sich jemand irgendwie wundert, was gemeint ist mit Aussagen wie, die Grenzen des Sagbaren wurden nach rechts verschoben. Das ist es, was gemeint ist. Und wir haben schon öfter darüber gesprochen. Die Grenzen des Sagbaren auszureizen, ist Teil der neue rechten Strategie. Wenn ich mir ansehe, wie die Leute sich online in Worten radikalisieren, dann bereitet mir der Tag, an dem Worte zu Taten werden, wirklich Sorge. Wie seht ihr das Ganze? Habt ihr euch auch an der Twitter-Schlacht beteiligt? Seid ihr vielleicht auch etwas zu voreilig gewesen? Nein. Es ist nie zu spät, da nochmal drüber nachzudenken. Nicht wahr? Und wenn ihr jetzt Bock habt, euch mit richtigen Verschwörungstheorien auseinanderzusetzen, dann verlinke ich euch da unten den aktuellen Eisberg. Das ist der 30. mittlerweile. Und falls ihr noch weit entfernt wart von dieser Zahl, dann habt ihr ganz schön was nachzuholen. Das ist das Ende von Level 2. Wir tauchen jetzt auf Level 3 ab. Also, Link zum Kanal Eisberg, wo alle Verschw... Ey, Twitter, ich hab... Ey, ohne Scheiß, an dem Video kann ich nur eins mitnehmen und zwar Twitter gehört endgültig abgeschafft. Wir sind an dem Punkt angekommen, wo wir das Experiment Twitter einfach als gescheitert anerkennen müssen. Es ist einfach gescheitert mit diesem verfickten Twitter-Gedöns. Einfach weg damit. Reinen Tisch macht mit dem Bedränge, Herr des Sklaven, wachet auf. Ein Nichts zu sein, tragt es nicht länger, alles zu werden.